Du bist so witzig. Du bist so witzig. Ja, herzlich willkommen in euren Freunde. Zurück zu Among Us. Zusammen mit Conny, Roboter, Leon, Lexi und Simon. Und mir natürlich. Ja, ist er. So, wir machen jetzt heute mal wieder Tasks. Hatten wir schon lange nicht mehr Tasks machen, oder? Ich kann mich auf jeden Fall nicht mehr dran erinnern. Die letzte Runde war ja insane gut. Mit den, äh, zwei Imposterrunden. Das war richtig geil. Wir kommen auf die ganze Zeit Nachrichten. Auf Mandy, aber die interessieren uns nicht. Nebenbei schaue ich heute. Sommerhaus der Stars natürlich. Auch wenn es ohne Georgina wirklich, äh, irgendwie blöd ist, aber ich tue mir das halt noch an, Leute. Ich tue mir es noch, noch tue ich es mir an, ja. Wenn es mir dann doch irgendwann zu öde wird, dann schaue ich es wahrscheinlich auch nicht morgen. Ich habe aber eine neue Serie angefangen. Und das, äh, warte, ich warte, ich muss mal kurz auf Discord gucken, wie die Serie heißt. Ähm, du-du-du-du-du. Ah, nee. So, die habe ich dir überschickt. Lavalla. Lavalla auf Netflix. Da geht es darum, ähm, um eine Welt nach einem, einem Krieg. Und, der Vater hat so, seine Tochter verloren. Jetzt nicht, dass die Tochter tot ist, sondern dass die Tochter, so gesehen, verschleppt worden ist von der Stadt. Warum eine Emergency Meet? Weil ich, weil ich sagen will, dass es entweder Reiss oder Simon sein müssen. Weil Aaron und Lex für mich safe sind. Aaron ist auf jeden Fall safe. Mit welchen Kabeln? Ich habe noch nicht mehr Kabel gemacht. Auf jeden Fall, ich habe Blätter und dann hier dieses Garbage Stink gemacht. Auf jeden Fall muss ich aber sagen, Aaron ist todes safe, weil er unten dieses Garbage Stink gemacht hat und da Müll rausgefallen ist. Also Aaron ist es ganz safe. Sicherlich nicht. Und Lexi war jetzt in den letzten Sekunden auch ein Admin. Und also ist, oder bei A, also sind die beiden nicht. Das heißt, macht es unter euch aus. Wo wart ihr denn? Der Tanker, fang mal an. Wo war denn gleiche? Wo warst du denn? Ich war ganz rechts erst und habe die Blätter dahin gemacht. Nicht ganz rechts, eher doch ganz rechts da bei O2. Hab die Blätter gemacht. Ähm, was ist das andere? Ja dieses Garbage Stink. Dann bin ich runter gegangen zum anderen Garbage Stink. Da war aber, schon Aaron hab ich Aaron zugeguckt. Bin ich hochgegangen, hab einen Download gemacht bei Lexi und danach kam der, äh, hier dieses Ding mit O2 und danach, äh, bin ich zu dem O2 Ding hier gegangen und hab's gelöst. Was Aaron und Lexi gesehen haben. Und da ich weiß, dass man nur O2 macht, wenn man auf der linken Seite jemand mit Hörbes hat, weil ihr seid so, wir spielen alle so. Ist gut, äh. Muss es einer von euch sein. Also, kann jemand, äh, 100% sagen, derjenige ist safe. Ja. Oh, und ist ganz safe. Der hat Trash weg. Ja, Trash weg. Okay. Dann sind für mich noch... Ich kann Schild machen. Also, Simon ist für mich ziemlich safe. Ja, okay. Ich bin auch safe. Ach. Ist ja auch safe angeblich. Ja, 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 ja. Ich bin auch safe. Ja, du bist safe tot. Ja, stimmt. Ja, jetzt erstmal skippen und dann... Ja, ich skipp das hier. Ja, skipp das. Ja, skipp das. Aber ich kann auch gerne ruhig ein Schild machen. Hör mal mit, äh, Hör mal mit Simon, lass uns mal zusammen gehen. Das war ganz st と ein Conny. Wie du so gesagt hast, man hat einfach skippen. Ich hab einfach mit Simon, komm mit einfach. Kann ich noch nicht töten. Ich glaub aus der Stimme Na, das muss ich jetzt mal in nächster Zeit mal hier, äh, ne, untersuchen hier. Ich bin ja hier Detektiv Conan. Ah, ne, das bin ich ja gar nicht. Leute, der neue Detektiv Conan-Film läuft gerade im Kino hier in Deutschland, tatsächlich. Ähm, ich werde da zwar nicht reingehen, weil ich hasse Kinos. Aber, ne, Leute, da warte ich halt noch ein paar Monate, oder ein Jahr, darauf, dass ich den Film dann auch endlich schauen kann. So, meine Tassen sind jetzt eigentlich fertig, würde ich fast sagen, oder? Zack, muss noch nach oben, okay, dann machen wir jetzt auch noch eben. Simon ist ganz allein, das ist natürlich nicht so schön, aber, naja, so ist das Leben. Ich bin fertig. Wo ist Lexi, schön? Wo ist die, wo ist die kleine Maus? Da ist, ne, da ist der Tanker. Der Tanker. Lexi. Ah, okay. Aron ist tot. Okay, also... Achso, da in Electrical wahrscheinlich, ne? Ich kann für Conny hardwatchen, Conny kann für mich hardwatchen. Ja, wir sind es beide nicht. Äh, Lexi, wo hast du die, äh, Kabel angefangen? Lexi, wo hast du die Kabel angefangen? Ja. Angefangen. Habt ihr bisher überhaupt Kabel gemacht? Ja, ich hab ein Kabel gemacht, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich glaub, Lexi ist es nicht und der Tanker ist es, Sion. Du bist ziemlich, ziemlich voreinig. Äh? Ja, ich bin sehr sicher, dass es Leon ist. Ah ja, warum? Aber, okay, pass auf. Warte doch mal, warum? Warum bist du überhaupt safe? Ja, weil Simon gesehen hat, das ist trank. Ja, ja. Ja, dann muss es Lexi sein. Ja, richtig. Weil wir keine Kabel haben. Achso, oder? Wir machen es einfach ganz safe und laufen jetzt zu. Keiner hat Kabel. Jeder hat andere Tasks. Nein, Kommentars ist für alle gleich und wir haben alles Swipe Card. Wir haben keine Kabel. Cool, stimmt. Wir haben keine Kabel. Keine Kabel. Lexi. Warte, warte, warte mal. Bist du dir da sicher? Ja, bin mir sicher. Äh. Deswegen hab ich das bei dir angewandt. So, ich hab keine Kabel gemacht. Ja, ist halt so gewesen. Ja. Ja, klar. Ja, dann ist es Lexi. Ja, aber Lexi war es auch von Anfang an schon, wenn ihr es beide nicht wartet. Aber schwierig. Wo ist denn Moritz gestorben? Das muss man uns erst erklären. What the fuck? Ich bin ganz links gestorben. Hey, Ulf, wieso soll ich sagen? Ich hab's dir nicht gemacht, ne? Und Moritz hab ich ganz links gekillt. Sorry. Und dann... Ich hab für Lecken nachstimmen, bin ich gestorben. Bist du gewinnt? Nein, nehm nicht. Ich bin direkt nach rechts gelaufen. Und dann über Oxygen. Der Tonka ist safe. Du warst es ja auch. Du warst mir sehr suspektvoll. Einfach weiter? Ja. Klar, let's go. Meine Frage machen wir noch. Ey, mich hat die Frage schon am Anfang getriggert. So, so, wo hast du Kabel angefangen, ne? Hä? Was ist das für eine Frage? Aber du kannst das auch. Okay, wir sind schon wieder Imposter. Oh, ich muss da unten. Ich muss grad unten... So... Du, 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 du... ich bin ein bisschen zu blöd hierfür. Deswegen wollt ihr eigentlich hier ein bisschen warten. So, die schmell ich da jetzt erstmal ein. So. wir gehen nach rechts erstmal. Geh mal gucken. Mal hier gucken, ob hier jemand ist. Hier ist tatsächlich jemand. So. Am besten, ich mach jetzt da hinten den Reaktor an. Oh Gott, bitte nicht. Oh, gut. Gut, 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 gut. Okay, hallo, hallo. Wo lag denn Aaron? Äh, hier im O2-Raum, da mit diesen Blättern. Scheiße, wer ist mir entgegengekommen? Simon kam von Mitte, da wo der Tank ist. Ich kam von oben, wo Aaron war, das stimmt schon. Aber wer ist hier mit entgegengegangen? Ich glaub, das war Lexi. Aber es muss nicht sein, dass Lexi heißt, aber ich kann ja auch wenden. Ich kann gleich Shields machen. Oh Gott, ich sieh's doch schon. Die haben mich direkt wieder geboten. Ich kann Shields machen, also ich bin's, ey. Ich wollte nur sagen, so, Sio, du hast dich wahrscheinlich gesehen, ich bin die ganze Zeit bei, also, bei Van doch über Commons, oder wie auch immer das heißt da, ne? Das neben dem Trash unten Ding, so, ich wollte dir zeigen, dass ich den Müll raus da machen kann. Ja, aber ich wollte dir zeigen, dass ich Shields mache. Also, ich vertraue Lexi Stimme, weil in der letzten Runde, da hat sie anders geklungen. Ich glaub, Simon, du musst mir mal Shields zahlen. Ja, ich kann nur Shields in Asteroids machen. Und, und bitte nicht, und bitte nicht. Lexi, wen hast du jetzt gewotet, damit wir dich rein gehen? Ich hab geskippt. Obwohl, du kannst es auch sehen, äh, wenn das Licht aus ist, weil dazwischen ist ja außerhalb. Echt? Okay. Trotzdem hab ich's nicht geschafft, weil... Ja, ja, hab ich gerade raus. Ja, dann skippen wir mal. Äh, ja. Skippen, aber hast doch schon längst gewotet. Was habe ich denn an mir, dass ich jede Runde von mindestens einer Person Ich werde nur gewohntet werden Du bist da Ja Du du du, ach so Das macht das schon So Gut Gehen wir Ja dann gehen wir mal hinten hin Oh Gott ich weiß grad nicht so richtig was wir machen so Hier ist nirgends mehr jemand Da ist jemand Dänne 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 7, 9, 1, 7, 5. Tja, letzter Versuch. Moritz. Wieso nicht? Ok, Max und Conny sind safe. Hast du Conny auch was machen sehen? Wir hatten alle 3 Visual Tasks. Ja, wir müssen das mal unterstellen. Ich hab mich grad fast aus dem gewohnt. Versteh ich nicht die Begründung. Ne, wir haben alle 3 Visual Tasks gemacht. Ja, dann mach die weg. Ja, echt mal. Nicht mal zusammen, aber wir haben... Wir haben uns einmal getroffen, dann haben wir das gemacht. Wir mussten eigentlich so machen, dass einer von den Visual Tasks getötet wird. Und von einem, der noch nicht confirmed wurde, der im Leben bleibt. Lexi, mach mal ne Comment-Task mehr und ne Short-Task. Mad Bay, Astro-Task. Also was willst du nicht machen? Ne Short-Task mehr und...